Und weiter. Und weiter. Ja, Taschenlampe ist ein gutes Sprichwort. Ja, also ich nehm nicht meine Taschenlampe, dafür ich nehm mein Feuerzeug. Weil das reicht aus. Ich mach ne Fackel. Ja, Fackel reicht auch raus. Fackel ist sogar besser, glaub ich. Das einzige was wir halt nicht machen können, ist Fackel und gleichzeitig zuschlagen. Wir müssen halt die Fackel nehmen und zuschlagen. Ja, okay. Oh, ganz viele Totenschädel. Nimm mit. Okay, wir müssen da runter. Hier liegt ein Saal noch. Hier ist ein Koffer. Hier ist ein Haufen Knochen. Jetzt ein Koffer geöffnet. Ab hier kommt noch ein paar Viecher. Oder? Gute Frage. Ach, ich nehm doch die Taschen dabei. Ne, die Fackel ist auch für den Arsch. Da ist ein Vieh. Niki, da ist ein Vieh. Direkt neben dir. Ja, da wird's schon. Ja, da wird's schon. Ja, da... Ach, oah. Die Wurzel da rum. Da. Das sind die kleinen, bis... Das sind die Lieserrsinn Fischer. Ja, die weißen Viecher, die Rüstung geben. dann wirst du nämlich aber gerne hat auch mich zu schlagen hier ist noch einer da ich bitte auch mal angreifen nicht was dort jetzt wegen euch dort jetzt erst mal rüstung wir haben wir ganz schön gemacht warum sie auf mich akku wieso kann ich den teil davon nicht looten ok es kann immer noch eine dienstiecher guten alles klar was wirklich jetzt hier drüben ist noch eine e-mail niki this is what we are looking for ich kann mir das immer wieder weglegen ich vergesse das immer wieder ich mache einfach das mit auf und nehme was anderes in die hand ich muss auf die medizin reinhauen habe ich irgendwas weil ich ich bin auch nicht mal gesundheitsmix machen und das wirst du ich hab dir zwei rüstungen der gegen von den füchern letztlich machen müssen ich habe drei stück das wäre völlig okay gewesen alles gut kann man ja wieder so eine krank was zu machen abgenügend seile und klebern aber dann habe ich genug dafür in der helftmix was fehlt mir noch naja ich habe genug dafür in der helftmix geil kann ich mich mit der helftmix hochheilen weiß was liegt habe ich denn mit angeschmissen adesso sie drei gewesen ich habe es einen kreuz jetzt ich glaube die war die 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 albino monster die haben davor angst tatsächlich ja keine gar nicht mehr lang war es das mit der höhle oder das ich nicht müssen sie wohl angehen ich glaube hier hinten können ja da ist ein freund der stecken geblieben ist das was eine granate der zeitbombe weg schönes geräusch da ich war kathomentau lecker gulasch ich hatte so was ist das schön groß da sind auch wieder solche kleinen weißen Mistviecher. Habts gesehen. Hier ist auch ne E-Mail auf dem Boden. Dass man immer sein Eventar raushauen muss. Ist ganz lang gelaufen hier so ein Vieh. Du hast ihn. Aua! Ey! Wie zieht's? Oh Gott, nicht so ein Vieh. Alter! Hier wieder so ein Spuckvieh. Oh, oh Gott. In den Bogen, Niki, es kommt. Wollen? Äh, da. Muss mal kurz heilen. Jetzt hab ich die Fresse bekommen. Oh, au, au, aua. Ich bin gleich tot. Niki! Ich bin tot. Ja, ich komme. Wo bist du denn? Ich bin tot, direkt neben dir. Ach du Scheiße. Ah, Jesus. Nein! Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts! Ich bin wieder down. ja ich hab man ich bin selber nicht dauer ich bin dort ey man das ist so ein scheiß hier müssen wir da wieder hinlaufen egal unsere ganze Sache verlaut jetzt hier ne wir spawnen in der Höhlenergie ah wir müssen unsere Sachen dann wieder aufnehmen da war ein bisschen eklig wo ist meine Tasche da her mit meinem Rucksack bisschen eklig ok wir müssen besser einen Weg finden wie wir was ausleuchten können ey immer mit ganz kurz hoch rein du ich hab kein nichts für im Hellsmix verdammt ich hab auch noch Medizin die Batterien hab ich 3 hm na komm Taschenappel hier nehme Taschenappel hier nehme da ist schon wieder so ein Albino Albino Albinofotze da und da weg hm hm Hi Alter, das Vieh hält so viel aus, Alter. Also dieses komische ohne arme Vieh. Also das. Pass auf, leuchte einfach drauf, wir schießen mit dem Bogen aus, sofern... Oh Gott. Das ist ein Schneider geworden. Er ist dort. Arschlauchvieh. Mal ganz kurz, du bist wieder am Arsch. Hast du das Luft? Ja. Oder ne, kann ich nicht. Okay, warte. Und hier? Zack, 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 zack. Wo ist die denn? Na, da. Danke. Ich benutze hier, wusste mir nichts dafür, ganz ehrlich. Ich geh gleich wieder am Arsch. Ne, wenn neu ist. Da kann man das eine Vieh schon wieder hier. Oh. Da rechts. Wenn wir die schon haben, warum sind wir die nicht einfach? Wo ist es hin? Ja. Ich hab' ja hier viel wegzutättern. Da ist es. Verdammts. Da, weggetatert. Was? Meine Pfeile. Meine Pfeile. Oh. Da ist ein Weißer. Ja. Muss ja jetzt hin. So. Er ist tot. Oh, ich schnapp dir dann seine Rüstung. Oh, wieder ein Medic. Ja. Cool. Top. Da hängt ein paar. Oh, da ist wieder so viel. Oh. Da hängt ein paar. Oh. Oh. Da ist so'n. Ja. Oh nein. Ich seh's da hinten. Das kommt. Mal drauf gehen jetzt. Oh. Was war das denn? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah. Das kam zu spät. Das ist viel zu spät. Hallo. Toll. Meine ganze Rüstung ist dieser Marsch. Und ich bin das tot. Das kam viel zu spät. Ich würde hier auch keine Rüstung mehr anziehen. Oder ne. Sitz. Komm her. Bevor du uns auch beide umbringst. Das sind Babys. Niki. Ja komm. Warum? Geht du mir jetzt wieder Rüstung oder was? Nein. Wir speichern jetzt. Bevor du uns auch beide umbringst. Schnauze alter. Weil das jetzt einmal da explodiert ist. Ja wenn ich nochmal down gehe und nochmal tot bin. Bin ich komplett tot. Ja. Bin ich gerade in den Schlag reingelaufen. Weiter gehts. Bist du da gerade? Bin interessiert. Weiter gehts. Selber dran schuld. Heller. Das war ja... Das war wirklich sehr. Was war alles. Das war ein Schlag reingelistas. So. Oh, jetzt ist die Küste. Alle, Pop. Mal gucken, was uns am Ende erwartet. Hat sich einander gefallen? Ja. Äh, äh? Ich will irgendwas stampfen. Allein ist bestimmt wieder so ein hässiges Vieh. Oh, da rechts ist doch was. Oh, ne. Ne, doch nicht. Ist da wieder jemand. Da. Da. Unsere Freunde wieder. Rechts davon auch. Zwei. Warte kurz. Ne, Jesus. Was los? Nix, alles gut. Du musst kurz Aufnahme pausieren. Warum? Nix, schon gut. Hände dir. Hände dir. Ist der tot? Ja. Äh. Da ist auch einer. Da. Oh, der war hin zu tot. Oh. Oh. Du hast es hier links gesehen, oder? Ja, ich habe das hier links gesehen. Wo ist denn das überhaupt? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ach da. Ist das aber noch ein anderer, oder? Oh, das kommt. Wir müssen nur jetzt eigentlich. Ah da. Oh. 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 Ich habe das Angst. Da war ein Fehler. Ich sehe nichts. Wo ist das viel? Da. Oh. Ne. Jetzt bin ich tot. Ach verdammt, ey. Kann das Film mal to... Ja danke ey. Oh und schon wieder Medizin nehmen dürfen ey. Mann ey, das Film macht so viel, so viel Schaden ey. Ich weiß nicht was du hast. Du kriegst ja auch auf eine Entfernung. Wieso machst du es auch nicht? Weil ich keine Feile habe. Wie viel sagst du denn nix? Weil ich die nicht brauche. Noch mehr von den Spuckern. Ja. 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 Da ist ein Spucker. Ja. Da ist ein Spucker. Ja. Und ich seh gleich das Zeitwege wieder. Ja. 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 Mann. Nein. Nee, Baby. Okay. 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 Okay, okay. Oh Komische Geräusche, wenn man das verschiebt ist, den Scheiß, oder? Ja, sag mal, gehst du da vorne gleich wieder raus, oder? Wie, was? Wassersteck? Ich lauf ja einfach. Ne, ich mein nur, gehst du da vorne gleich wieder raus, oder warum ist das hier grad nur so ein... Das war so eine Frage. ...gerade Gang. Kann sein, dass es hier wieder raus geht. Äh... Sieht wirklich danach aus. Wozu sind wir dann hier reingegangen? Hier gibt's ja eigentlich nichts Gutes dann. Das Kreuz halt. Gut. Boah, gibt's da links noch? Ja, aber ich glaub, hier geht's raus. Ne, doch nicht, hier geht's nochmal um. Na, ich geh mal hier nach links. Hier geht's nochmal ordentlich nach oben. Und hier ist nochmal so ein Vieh. Also, soll man da nicht erstmal gucken, was hier links ist, oder? Willst du erstmal geradeaus weiterlaufen? Ne, ne, wir gehen nach links. Ich hab das nicht mehr gefunden, hier schon wieder. Ne. Oh, das sind wieder Babys. Und da. Ah, die Fresse hier scheiß verfickt. Wie geht's? Oh, das lebt noch. Okay, jetzt geht's hier lang. Keine Ahnung. Da gibt's auch mal hier nochmal einen Weg. Hier links. Fuck. Ach so scheiße. Ja. Ganz auch nicht. Okay, jetzt Ende. Hier sind Flitten geschlossen. Oh. Nein, nein. Oh, und ich hab auch Hunger gerade. Ich müsste, glaub ich, mal was essen. Ich hab' da Happy Meals. Na, ich hab' hier auch Hunger gerade. Happy Meals. Oh, Mann. Oh, jetzt willst du gerade was trinken, dann kommen die Fiecher wieder angeschüttet, oder was. Wo denn? Da. Aua. Die Babys sind so nervig. Hilfste noch? Die Babys sind so Wasser verteilt gerade, die Babys. Könntest du mal drauf gehen jetzt? Könntest du jetzt mal echt drauf gehen? Wo bist du? Da. Geh jetzt drauf, Mann. Blech, viel. Okay. Das sind noch drei Medizindinger. Okay, ich glaub hier geht's auch nicht wirklich weiter. Doch, hier drüben geht's weiter. Neki? Ja, ich komm. Apino? Ne, so ein Spocker wieder. Sie hilft ja, hat sich ja. Oh! Das Vieh hat einfach drei Rüstungszeile gefressen. Ah ja, ich habe einen Bogen. Danke. Da, 49 ist weggekommen. Ja, wo kommt der scheiß Baby schon wieder her? Was ist das Baby? Jetzt tot. Ah, keine Pfeile mehr. Aua, das war ich. Ja, du bist mir gerade in den Weg gelaufen, sorry. Ja, auch keine Pfeile mehr. Ach, guck mal, hier liegen viele noch Pfeile, Kevin. Na ja, ich hab da ein paar mal zu weit verschossen. Ah, meine Fresse. Er pisse dich. Er pisse dich. Niki, da ist noch ein Baby, direkt neben dir. Na ja, mach mal ganz kurz. Warte, ich steck direkt neben dir. Wenn ich an Animation bin, kann ich grad nicht rausgehen. Tut mir leid. Ach ja. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht, dass wir jetzt das machen. Äh, und wir machen dann hier auch Stopp, oder Kevin? Ja, speichern, schlafen, Stopp. Und da, weil ein Baby da ist. Ich bin ein Baby da ist. Komm mal ganz kurz.